Willkommen beim Trinkwasser- und Abwasserverband Gentin. Sie haben die Möglichkeit, direkt mit dem zuständigen Bereich verbunden zu werden. Für die Gebührenabrechnung wählen Sie die 1. Für die Buchhaltung wählen Sie die 2. Für das Trinkwasserrohrnetz wählen Sie die 4. Für den Notdienst Trinkwasser wählen Sie die 5. Für den Notdienst Abwasser wählen Sie die 6. Sollten Sie keine dieser Verbindungen nutzen, wählen Sie die 0. Oder warten Sie einen kleinen Augenblick. Sie werden mit dem Sekretariat verbunden. Danke für Ihren Anruf. Wir geben Ihrem Erfolg eine Stimme. Professionelle Telefonansagen. Vom ersten Ton an überzeugen. Qualität, die man hört. Mit Telefonansagen vom Medi-Musikstudio.